Und da begrüße ich euch zurück zu The Wolf Among Us mit der dritten Episode, A Crooked Mile, im zweiten Teil, hier bei Games, ohne Gerstensaft, eine sehr komplizierte und lange Anmoderation. Und wieder einmal starten wir in Ichabod Crane's Office. Und wir sollen seine ganzen Sachen durchsuchen. Und das werden wir auch tun. Aber als erstes reden wir mit Schneewittchen. Ja. Wir suchen Sachen. Oh, 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 okay. Viel, 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 viel zum examinieren. Was? You said you paid a plus to be done in my building after the last incident. It's falling off the fucking walls. Please fix it. I can rent out the room. It's already been waiting for days. Not to mention you already promised me this before. Get your shit together! Okay, alles klar. Also Toad hat sich bei Crane beschwert. Weil alles in seinem Haus auseinander. Get your shit together! So, dear Mr. Ichabod Crane. Ja, wer ist, boy, blue? Okay. I'm writing to us, again, that you can please send someone fix that air conditioning in our unit. It's burning up in the apartment and Pinocchio says his skin is splintering. I don't know what that means, but I assume it's something gross and I really like if you would fix the air like we asked you three months ago. So, at the very least provide us a fan in the mean time. Also, boy, blue, little boy, blue. Sagt mir irgendwas, aber Märchen an sich kann ich jetzt nicht so einordnen. Wohnt mit Pinocchio in einem Apartment, wo es sehr heiß ist und deswegen splittert er das Holz ab. Das ist sehr lustig. Eigentlich sollte ich nicht lachen. Ichabod Crane. There are updates on an extra funding I requested. As I explained in my last letter, the conditions here could do with some improvement. I'm seeing some unrest from the residents. And I have to admit, I can see why. The farm should not be a punishment. I'm sure you're busy, but I think this should make a priority. Wayland Smith. Okay. Wayland Smithers. Did Crane ever do any work? Only when Cole was around. Major Cole. Inbox, was liegt denn da? Da liegt der Schlüssel. Ach, zu dem Zimmer. What is it? It's the key to his room at the open arms. 207. You still haven't told me what was in there. I want to know. Äh. I need to know. Okay. Crane was a pain, Lily, to live out of fantasy. Of him and you. Together. Hmm. Forgive me if I spare you the details. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator. Bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? Snow, you couldn't. Nine. What? No, I could have. Wie? Hat er sich angetacht? Come on, let's keep on. Ich wollte es nur ein bisschen so. Open the drawer. Er ist schon verschlossen. Nein, das war ja so klar. Was ist das? Ich konnte es nicht lesen. Wie ist es schnell so schnell lesen? Was ist das? Book. Ja, das ist mir auch klar. The Office. Das ist was? Leute, zeigt mir das nochmal ein bisschen genauer. Ah! Oh. Das Boot, was da rumfliegt. So geil. Da fliegen die Holländer. Bufkin, do you know what was here? Bufkin. Ich war nett zu dir. Irgendwas mit einem Schwert. It's a ring at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fable Town. It must be this witch he is going to see. Yeah, I only recently heard about this meeting. Why didn't you mention this before? Oh. No one asked me. Bufkin. And I'm hungover. I'm sorry. Der Bufkin dauernd ist so. We set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Oh, das Arschloch. Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You called me. I called, just to see if you knew where Crane could be. And that was it, okay? And I'm sorry, I said anything more than that. Well, you did and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? I try to, but... Weg. Bluebeard, get the hell out of here. This is none of your business. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he's spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? We don't know if he's a murder. Du bist ein Arschloch, Entschuldigung. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. Dann... Ja, mal hin. AMOP. Stiff. Aber er hat's ja verraten. AMOP. Oh, du Depp. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. Weg hier, komm jetzt. Keine help. What do you know about Crane anyway? That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real time. Ja, das bist du, oder was? Look, we know that Crane is going to see a witch and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to, since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a pack. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical thing. You're a secretary. He's the sheriff. And none of you were chosen to run this office. Or two vices. Who elected you to make these decisions? Nobody, but that doesn't... Who elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years now. Unofficially is not. There isn't Netsu Snow. Snow can obviously handle this. So let's drop it. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. Yeah. He's the only thing. That's not him. 2 a.m. Piece of K. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat einen Punkt. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Oh, Gott. Mike Snow's idea war. Warum? Was ist denn da drin? Ja, ohne mich geht hier nirgends jemand. Ja, ohne mich geht hier sowieso. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und was? Willst du hier stehen und schütze mich? Während die resten von deinen Geist evaporen in die Luft? Wir müssen uns finden den Geist, Blübeerd, weil das wo er geht. Ja, klar. Das macht er. Oh, das ist so ein... Ja, das ist erstmal... Ja, das ist erstmal... Das kann der hören, locker. Wir gehen mit Snow. Das ist ja logisch. Hallo. Oh Gott, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Drei Sachen diesmal. Ähm. 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 Äh. Äh. Ich hab keinen Plan, wirklich. Ich hab grad gar keinen Plan. Wir gehen in Crain's Apartment. Crain's Place is right here. I should check that out first. Perfect. And I'll go to those two imbeciles office. Crain's Penthouse number is 1903. Let me know what you find. I hope you know what you're doing. Ich hoff's auch. Okay, also... Okay. Aber Bluebeard... So ein Arschloch hier ist. Ich glaube, der kann mit den Zweien... Die kann er handeln. Sollte er da was finden. Das Problem ist natürlich... Was mir jetzt gerade eingefallen ist. Kann natürlich sein, dass Bluebeard die Zweien angeheuert hat. Und jetzt einfach, dass ich mal mit denen lockerflockig triffe. Oh, ist das scheiße. Gibt's hier irgendwas? Nein. Leute, alles klar. Das ist... Wo? Okay. Äh, nö. Machen wir danach. Das ist Briar Rose's Place. Briar Rose. Wer ist Briar Rose? Das ist die große Frage. Ich habe. Snow said Crane lives in 1903. Das weiß ich, aber... Wow! Woher ist die Tür? Ich wette Crane ist tot. Ist jemand da drin? Das ist wahrscheinlich nicht so schlau gewesen. Aber jetzt kannst du dich nicht verstecken. Okay, geh mal rein. Crane ist tot. Er ist tot. Crane? Ja, wir müssen es schnell machen. Schnell, 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 schnell. Cool. Er hat ein cooles Apartment, der Gute. Okay, geht's hier lang? Hier geht's mal rein. Okay, alles klar. Also, äh... So sieht er sich wahrscheinlich gerne. Okay, shit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ach, das ist Major... Äh, hier... Mayor Cole. Also, äh... Der eigentliche Bürgermeister. Hab ich so ein... Schatzen, das war eine Zeitverschwendung. Irgendwas... Joy of True Love oder solche Geschichten. Oh Gott, hier ist doch nichts. Hier ist nichts. Wir sind... Nein, okay. Nein. Falsch. So. Answering Machine. Erstmal, was wir nur angucken können. Da, der kopflose Reiter. Okay. Desk. Oh, Envelope. Wir haben gerade keine Zeit. Das ist alles so scheiße. Ich will das alles durchgehen. Was ist hier? Was ist das? Envelope. Envelope, das sind weiter Fotos. Bestimmt ekelhaft. Oh, was ist das? Was? Crooked Man. Crooked Man. This is all I could get. I'm afraid Snow will start to notice. I'll have the rest for you next week. Ichabod Crane. What's going on here? Ne. Wir nehmen das natürlich mit. Ist ja logisch. Hallo. Können wir gebrauchen. Wir beweis sammeln. Was ist hier? Wir haben keine Zeit. Wir haben gar keine Zeit. Es war fünf nach zwölf. Ja. Alles mit dem. So. Was gibt's hier? Was ist hier noch? Hier ist nichts mehr. Alles klar. Ja. Teacher. Pouch. Das ist eine. Das ist eine. Das ist eine. Oh, okay. Okay. Oh, oh. Merry Christmas Mr. Crane. Thanks for your help this year. Jeremy. He used to teach in the old days. Noch was? Nein. Jeremy. Okay. Wie viele Nachrichten hat er denn? Ja. Ja. Die hören wir uns natürlich an. Und dann machen wir uns das schnell wie möglich hier raus. Weil wir brauchen bis um zwei Uhr dort zu sein. Crane. Look. The crooked man is a happy cabadre. And as much as I like making house calls. I have better ways to use my time. So. If you can go ahead and pay him by Friday. That would be great. Alright. Everybody can stay upright. In the meantime. Leave the light on, pal. Okay. See ya. Eine Prostituierte. Irgendwas am Freitag. Ja, den haben wir doch schon angeguckt. Kann ich mit dem noch was machen? Ich hab ihn doch schon angeguckt. Ja, aber okay. Alles klar. Gut. Okay. Äh. 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 Was gibt's noch? Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Nein? Gut. Scheiße. Okay. 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 Gibt's hier noch weiter? Nee. Hier sind wir, glaub ich, hergekommen. Bis zum Gefühl. Hier lang? Hier geht's nirgendwo lang? Nee. Doch. Ah. Die Büste. Guck mal's noch an. Geheim. Drück mal auf die Augen. Ja. Also wer eine eigene Büste von sich zu Hause hat, der hat schon riesiges Geltungsbedürfnis. Ah, okay. Hier geht's weiter. Ähm. Ähm. Bedroom door. Ist bestimmt verschlossen. Ist jemand da drin? Weil die Tür war ja offen. Äh. Wir... Nehmen den Schlüssel. Hätten so eintreten können. Als Ickward Crane ihn stürzt. Scheiße. Grab him! Jack? Wow. Es ist einfach unglaublich, dass dich in die Hand gehen. Der ist... Der ist... Der hat Dreck am Stecken. Der hat so viel Dreck am Stecken, das gibt's gar nicht. This weather, right? A little damp, I guess. But, you know, some people like that sort of thing. You know, I've always wondered... Don't play dumb. I'm running very low on patience to burn. Wee, du haust da. Okay, okay, okay. I know what it looks like. But before you go jump into conclusions, Crane pays me to water his plants when he's gone. Ja, 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 ja. But, you know, I need the work. I wouldn't do it for free, right? You know me. So, anyways... Now that I'm done, I don't see any plants. Hey! Hey! Are you... Are you alright? Normally, you know, I wouldn't care. But I think my motherly instincts are kicking in. I'm fine. It's nothing. Scheiße. That isn't nothing. What the hell happened? I wouldn't worry about that right now. Warum nicht gleich so? Come on, Bigby. You can't do anything to me in the condition you're at. I don't like being lied to. Okay, okay. Los, erzähl mir alles. Was hast du in der... Ja, doch. I heard Crane was leaving town. I figured he owed us little people a parting gift. Or just me a parting gift. You heard? I have my sources, okay? You see how he lives. He doesn't need any of this shit. A little Robin Hooding never hurt anyone, right? Do you know where Crane is? Have you heard anything else about him? No? Should I have? What else do you want me to say? Wie wär's mit... I got bills to pay. Not like Crane's gonna use any of this stuff. Alright? Did somebody send you and tell the truth? No, it's just me. Just take it easy. Scheiße, das ist ein Wunder. Wir haben so viel falsch gemacht. Anfang. You know, this tortured lonely pig eater bit is gonna get old eventually. Don't you get tired of it? I mean, what are you even doing here? Ich verrate dem gar nichts. Are you just wandering around Crane's apartment? What's the point? That's not something you need to know. Sure. Well, looks like you've got it covered. Anyway, it was really nice catching up with you. I mean that. Eigentlich sollte ich mir auf die Fresse hauen. Bigby, I believe you're blocking the doorway there. If I could just squeeze through. Er ist so ein smartass, dieser Kollege. You know, on second thought. It's actually funny, I ran into you like this. I think I can help you. Ah, mit was denn? What do you mean? You're looking for Crane, right? Well, I don't know where he is. But what if I told you I know who might... Dafür bin ich immer zu haben. Das wissen wir. Oh. Wir haben das Geld. Das Geld. Ja, ich gebe dir dieses Geld. Nein, hier, Geld. Ich gebe dir Geld. Okay, komm. Ja. Fine. Du musst mir wissen, wer diese... Okay. Das ist gut. If you're looking for Crane, she might know how to find him. Where can I find her? Well, you see, the thing is, I don't know where you'd find her exactly. You gotta be fucking kidding me. But even a name is a good start. Right? I mean, that's more than what you can handle. I mean, that's more than what you can handle. Right. I'll keep my eyes open for you. If I find anything else, you might use it. If I find anything else, you might use it. But I'm sure I know. I think this arrangement can be beneficial to both of us down the line. I always talk to yourself like this. Das ist die ganze Zeit, das ist die ganze Zeit. Die Böse benutzt die Böse auf alles. Das ist siembold, oder die Trademark, glaube ich. Ich habe gedacht, dass ich sie in der Luchke-Pawne verkaufen kann. Luchke-Pawne? Das ist ein von der Krooked-Mann. Ich arbeite da manchmal. Aber ich brauche ein bisschen Stabilität. Das ist ein Pawn-Shop. Entschuldigt? Ja, ja. Hast du noch mehr, Lise? Nein. Gib ihnen zu mir. Was? Du weißt, was. Hande ihnen zu mir. Ah, sehr gut. Pick mich? Ja. Snow, Verstärkung. Ja. 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 Sie haben ja auch diese. Ja. 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 Aber er weiß nicht, wo wir sie finden können. Great, Crane ist sie am 2.00 Uhr. Und Snow, habe ich eine Note mit ein paar Geld enthalten. Crane hat sich aus Fable-Town verwendet. Natürlich! Weil, warum die Half-Assen ist eine komplett Sleaze-Ball? Denkst du, dass das mit den Mordern ist? Ich meine... Ich denke, es ist noch nicht wichtig. Wahrscheinlich ist es verbunden. Vielleicht ist es verbunden. Ja. Ich weiß... Vielleicht... Crane ist in Greenleaf... Ja, das wissen wir. Wir machen los. Und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Wir werden es nahe, wie es ist. Wir müssen herausfinden, wo er sie befindet. Würde sie nicht in der Geschäftsführung sein? Ich habe Bufkin suchen, für keine unabhängige Witches. Aber so far haben wir es nicht gefunden. Ich gebe ihm den Namen, aber wir haben keine Zeit, um zu warten. Du solltest Holly versuchen. Sie hat immer alles Lillys. Wenn sie es nicht verbrannt hat... Ja, das stimmt. Dann ist es noch Tweedlede's Platz. Wir wissen, dass sie enthalten sind. Und wir wissen, dass das ist, wo Bluebeard ging. Wo willst du gehen? Wir haben nicht viel Zeit. Okay, also wir können nur zwei von drei. Ähm... Ne, ich will wissen, was... Ja! Das ist... Das ist so schlimm. Äh... 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 Ne. Die, ich der im Zaman auch was schulde. Ich bin sicher, dass sie etwas wissen. Okay. Ich gebe Bufkin den Namen und hoffe, dass er etwas gefunden hat. Ich weiß, was er mit dir kommt. Ich bin in Kontakt. Ich hoffe, dass du das auch machst. Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns jetzt. Hör auf, Jack. Ich will mit dir sprechen. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben auch noch nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube, zu Tweedlede's Office, da müssen wir noch... Also bei den... Also die... Mit denen haben wir ja noch eine Rechnung offen. Also wer hier... Also... Also... Wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Wie viel... Oh, hi Bluebeard. Oh nein, ich bin sorry, big guy. Du kannst nicht rein. Ja, ja. Weil die Sache... Und ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, aber ich bin ein 3. Degrees Black Belt. Und äh... You know... So, ich würde keine Chance nehmen. Wer ist das denn? Der letzte Mann, der mit mir mit mir hat, hat seinen Marvels gekriegt. Right through his abdomen. Excuse me. Wer ist das denn? Oh. Hi Sheriff. Flycatcher. Wer ist Flycatcher? Was ist das? Äh... What happened here? What the hell happened? I'll have it cleaned up soon. I'm sorry. Bluebeard was here. Okay, er hat voll auf die Fresse gekriegt. Guck mal. He was looking for something. I don't know what. He said it was an official investigation. But I was I supposed to know, if he was telling the truth. Das ist richtig. When I wouldn't let him in... Shit. Scheiße. I found what he was looking for, I guess. Was hat er denn... It's just super annoying. What did he take? What did he take? Scheiße. Ah, ich bin so unnett heute. Also so böse. I didn't see what he did after... Ja, okay, alles klar. I'm really sorry, Big B. Oh, ist okay, ist okay, ist okay. Nein! Ich hab ihn nicht dahin geschickt. Er hat gesagt... Nein! Ich hab ihn nicht dahin geschickt. Er hat gesagt... Ich hab ihn nicht dahin geschickt. Ich hab ihn nicht dahin geschickt. Er hat gesagt, ich bin einfach weggelegt. Er hat mich verloren. Die Brüder haben mir einen Job hier, um den Nachtschiff zu arbeiten. Also ich hätte etwas. Was mache ich jetzt? Es ist schön, du weißt? Es ist schön, du weißt. Ich komme in und schlafe. Sie sind normalerweise ziemlich schön. Entstanden? Ja, talk to Snow. Du solltest mit Snow. Vielleicht ist sie für dich etwas zu tun. Wirklich? Das wäre... Danke. Danke. Ich habe ihn schon nicht... Look, ich bin aus dem Zeitpunkt. Scheiße. Ah, scheiße. Alles ist okay? Ich muss gehen. Was? Wo? Ich gehe nach der TRIP-TRAP. Nur... Just... Call Snow und erzähl ihr, was passiert. Okay? Kannst du das für mich? Okay. Ich glaube. Dann werde ich ihr über den Job fragen. Okay? Klar. Klar. Take care of yourself, Fly. Du auch, Sheriff Bigby. War mal wieder nett. Ah, dieses Office. Ja, sind wir zum Spitz gekommen. Da... Okay. So. Jetzt müssen wir nur noch eine günstige Sache suchen, um endlich jetzt mal hier Stopp machen zu können, weil wir laufen schon wieder über fast eine halbe Stunde. Ich wäre doch mal einen guten Punkt, um pausieren zu können. Sonst muss ich mittendrin pausieren, da habe ich keinen Bock zu. Aber wie lange haben wir denn noch Zeit? Wir haben bei Ufa gar keine Zeit mehr. Fast gar keine Zeit mehr. Okay. Jesus. Du fucking Idiot. Okay. Nee, mach mal hier. Hier mal kurz. Stopp. Liebe Freunde. Und zwar im nächsten Teil gehen wir durch die Tür in der Triptap Bar. Es ist ja alles ganz furchtbar hier geworden. Äh... Ekebot Crane haben wir getroffen. Also, wir wollten ihn, haben ihn in seinem Apapen besucht. Und dann ist uns Jack hier von direkt um die Bodenstange in die Quere gekommen. Oh Gott, es wird alles immer schlimmer. Und jetzt haben wir Flycatcher, auch einen lustigen Typen, zum Fluss getroffen. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll in der deutschen Märchenwelt oder in der Märchenwelt generell. Äh... Egal, vielleicht schön was ja heraus. Im dritten Teil hier mit der dritten Episode A Crooked Mile von The Wolf Among Us. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Liken, subscriben, kommentieren. Und bleibt nicht zunüchter.